So, liebe Freaks, da könnt ihr mal gucken, was heute auf dem Kaiserplatz los ist. Nix. Das ist auch hier in der Fressmeile, wo sonst alle Leute immer rumsitzen. Keine Tische. Keine Schlangen. Überhaupt nichts. Also, es ist alles sehr entspannt für ein Pfingstwochenende. Echt der Hammer. Ich war jetzt gerade nochmal im Black Mamba fahren. War auch gerade schon zweimal Taro. Beidesmal erste Reihe. Einmal 30 Minuten gewartet, einmal 20 Minuten gewartet. Kann man machen. Wie sage ich immer so schön, kann man ja mal machen. Und ich denke mal, bei der niedrigen Wartezeit werde ich mich gleich nochmal anstellen. Und ein bisschen fahren. Ansonsten schöne Grüße von Angie, Steffi, Hans, Marcel und alle, die wir sonst noch so kennen. Ich habe sie alle besucht. Und Sascha war halt wieder in seinem Kommandopuls. Der hat nur gewunken. Mit dem konnte ich nicht reden. Aber die haben alle gute Laune und sind froh, dass es wieder losgeht. Ich werde mich ein bisschen weitermachen. Bis dahin.